Schafskälte nennt man die Zeit der Kälteeinbrüche in der Zeit zwischen dem 6. und 20. Juni. Die Bezeichnung kommt von daher, dass zu dieser Zeit die Schafe bereits ihre erste Schuhe hinter sich haben. In unserem Garten steht alles in Blüte, aber es sind nur ungefähr 9 Grad Celsius. Und dann kommt der Regen. Und auch der Sturm gibt sich ein Stelldich ein. Die Schafskälte Die Schafskälte Die Schafskälte Die Schafskälte Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank.